Television Zwickau und Bofrost verlosen 5-Boller-Wagen randvoll mit leckeren Bofrost-Grillprodukten. Gewinnen Sie ein Grillfest für 10 Personen. Und hier ist unser Grillexperte. Hallo, ich bin Lars Triebel von Bofrost und ich mache Sie fit für die Grill-Saison. Heute habe ich folgenden Tipp für Sie. Fleisch immer erst nach dem Grillen salzen, da das Salz dem Fleisch Wasser entzieht. Es wird also beim Grillen austrocknen. Ansonsten Gewürze vorher auftragen, damit Sie ins Fleisch einziehen können. Bei Fisch und Geflügel haben Sie die Möglichkeit, vorher zu salzen. Hier ist die Gefahr des Austrocknens nicht zu groß. Und was sind Ihre besten Tipps und Rezepte? Rufen Sie uns an und gewinnen Sie einen von 5-Boller-Wagen randvoll mit leckeren Bofrost-Grillprodukten für Ihre Grillparty am 1. Mai. 01378 984 984 Viel Glück wünschen Television Zwickau und Bofrost.